Fortschrittsbalken Der Fortschrittsbalken dient als Orientierungstool für die Studierenden. Sie können zum Beispiel in Ihrem Kurs für jeden inhaltlichen Abschnitt einen Balken anlegen. So kann der Kurs übersichtlich und strukturiert erarbeitet werden. Durch sie lassen sich sehr schnell schon abgeschlossene und noch nicht beendete Aktivitäten erkennen. Außerdem ermöglicht das Tool eine Verlinkung. Somit können die Studierenden durch einen einfachen Klick auf die Aktivität im Balken zu eben dieser Aktivität weitergeleitet werden. Einen Fortschrittsbalken im Moodle erstellen Überprüfen Sie, ob in den Kurseinstellungen die Abschlussverfolgung aktiviert ist. Der Fortschrittsbalken wird unter der Option Block hinzufügen erstellt. Wählen Sie hierfür unter Hinzufügen den Fortschrittsbalken aus. Nun wurde ein Fortschrittsbalken angelegt. Im nächsten Schritt wählen Sie Aktivitäten oder Materialien aus, welche in den Fortschrittsbalken aufgenommen werden sollen. Ihnen stehen dafür zwei Varianten in den Einstellungen zur Verfügung. Mit der Auswahl ausgewählte Aktivitäten können Sie nun manuell aus allen Aktivitäten und Materialien die Bausteine des Fortschrittsbalken zusammenstellen. Durch das Drücken der Steuerungstaste können Sie mehrere Aktivitäten auswählen. Bei der Variante 2, alle abgeschlossenen Aktivitäten, sind bereits alle Materialien und Aktivitäten automatisch ausgewählt und dem Fortschrittsbalken zugeordnet. In der Konfigurationsansicht stehen Ihnen auch verschiedene Darstellungsoptionen zur Verfügung. Das Ausprobieren von verschiedenen Darstellungsvarianten ist zu empfehlen, um das passende Layout für Ihren Kurs zu finden. Nachdem Sie Ihre Aktivitäten und Materialien ausgewählt haben, beenden Sie die Bearbeitungsphase mit Speichern. Sie haben erfolgreich einen Fortschrittsbalken erstellt.